Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich, aus Gilde Nummer 2. Ja, und wir haben hier jetzt unser Rumble Match gegen das Wolfsrudel. Liebe Grüße an das Team vom Wolfsrudel. Tut mir leid, aber ich kann es ja nicht ändern. Also, das werden wir wohl, wie es aussieht, gewinnen. Also, gegen Marius, Bosa, das erste Match. So, und dann haben wir hier eine Dreamgitter, Bob, und ja, das Ding wird ziemlich safe gewonnen werden. Glatte 100 geholt. So, machen wir mal weiter. Match Nummer 2. Hank Hill, Sticking Hank. So, dann haben wir hier, bam, 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 genau. Running Back Hank, Eugene Belscher. Arturianisches Kung Fu. So, weiter geht's. Nächstes Match. Sorry, bin gerade im Moment abgelenkt gewesen. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Bänder. Dann haben wir einmal die Roboterverbindung gegen Lab 382. Peter. It's not rocket. Und das war's. Jammern. Ja, Mann. Nächstes Match. So, auf geht's. Eugene Belscher, Yacht Club. So, mal hier, Bänder, Bänder, Bänder. Wir fangen jetzt mal an mit einem Pieder. Betrunkener Peter. Äh, 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 äh. Und... Long Stick with Sharp Rock. Pimp My Sleigh. super dance trap ja es ist mal wieder super tanztrupp gegen big me vom volkshudel ja was ist das denn hier so sorry also gegen ben loben so also und dann punch ich lieber von der seite mit drauf noch mehr punch von der seite und noch mehr punch von der seite und dann ist ben loben besiegt 93 jammer dann geht es weiter gegen sebas 44 gibt kuh egg versus tornado fender stuffing academy so was haben wir hier eine dina und das da und das was würde ich sagen jammer nächstes match gewonnen kämpfen so dann haben wir eine luis es ist natürlich ja muss ich jetzt so machen halb not tot weg mit halb not tot muss weg jene tina und i am mona jawohl und der schmieriges gedutsch coole sache jep 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 so kämpfen 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 jammer wenn wir hier einen bob und das 300 dollar messer bänder die roboter verbindung philip j frey das da und damit haben wir auch das geschafft also weiter geht's noch zwei matches haben wir dann haben wir dieses diesen kampf hier gewonnen schicks lemme nix ja schicks lemme nix da fingen academy kommen wir machen hier den schicks lemme nix xxx so dann haben wir das nix xxx so dann haben wir dann haben wir das nix xxx nix xxx ta fingen academy und eine mocktrial luis bam sehr 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 nice sehr sehr nice let's this match so das letzte match am heutigen tag so dann haben wir hier wir fangen an jetzt habe ich natürlich diverse sachen zu haus war alles first hitter das ist sind alles oh mein gott henkel 47 schaden gleich mit dem ersten schlag alter das ding das ballert so übelst rein das ding ballert übelst rein kollegen das ist der oberknüller oberhammer also definitiv mega so bär er die besiegt mit einer glatten 100 alles klar so jetzt schauen wir doch mal wie es hier momentan aussieht beim wolfsrudel haben bis jetzt gekämpft 37 hier stoßt night orc marlene so bei uns bis jetzt mal 41 ja also fangen wir mal an ganz oben ken berger mit einer sensationellen 1000 homer jay 99 90 rita line 986 sie mal neue 82 saros 89 i li 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 974 knuckster neuer einsatz manu bayern 983 fuchs 96 gabriel die 906 stelle wenig 947 sleepy 96 lord universe 32 wo waren 930 snorz 28 beneath er 10 alexander 907 ruffy treffi 901 dann geht's los mark foul endersen john ricardo stewie eisenzwerg schmo wie mark oliver 500 x striktore james fans in jo brasilien nice greetings to brasilien quark müller der quark müller raulito place duterte slim schi albertus outlaw dieg fred der p suarez bobo und da unten komme ich ja gut kommen drauf hier aber jo also bis jetzt 41 wenn noch ein paar kommen bin ich mir ziemlich sicher und dann haben wir über 11.000 unterschied ich behaupte jetzt einfach mal das haben wir gewonnen also wenn es euch gefallen hat dann lasst mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal falls ihr es noch nicht getan haben solltet leute die glock und schau das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt animations rohla und mit mir immer gleichmals gut bis dann und tschüss